Wir sind in der letzten Saison unglücklich ausgegangen. Wir haben eigentlich mit dem Gedanken des Spiels zu sagen, ja, Meister, das schaffen wir. Wir hatten, glaube ich, drei Punkte Vorsprung, einen Spiel Vorsprung und haben noch fünf Spiele gehabt. Wenn wir in der Liga herumgefragt haben, war die Situation so, dass alle gesagt haben, ja, Lindo wird wahrscheinlich Meister und umso heißer sind wir natürlich diese Saison, diesen Titel dann doch noch nach Hause zu bringen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020